Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu Ihrem AIDA-Premter-Magazin. Drei wunderbare Geschichten habe ich für Sie. Erstens ein Wettbewerb auf fast olympischem Niveau. Zweitens unsere erste eigene Serie geht an den Start. Und drittens im Vox-Club haben die Almhütte eröffnet auf AIDA-Beller. Viel Spaß! Vielfalt und Abwechslung wird bei uns an Bord ja richtig groß geschrieben. Und diesmal habe ich was für Sie, ein Wettbewerb. Es hat olympisches Format. Gucken Sie selbst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Pooldeck an diesem wunderschönen sonnigen Seetag. Mein Name ist Lisa Bauer und ich habe die Ehre, Sie zum großen Finale der Tour de Dac begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten steht mir die mehrfache Preisträgerin der Super Dac, Fabian Hellstern, mit Rat und Tat zur Seite. Hallo Fabian! Hi Lisa, schön, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, wir werden heute einen spannenden Wettkampf erleben dürfen. Die Sonne scheint, das Wasser ist klar und der Wind wird unsere Enden ordentlichen Schwung bringen. Das wird ein heißes Duell. Na, das wollen wir doch hoffen. So, die letzten Zuschauer erreichen gerade die Tribünen. Das ist doch ein guter Zeitpunkt, um über die Auswahl der richtigen Schwimmer zu reden. Worauf kommt es denn hierbei an? Also das A und O bei der Wahl des richtigen Enteres ist natürlich die Hydrodynamik. Aber auch das Äußere ist nicht zu unterschätzen, denn nur ein schickes Schnabeltier schwimmt schnell. Aber wie wir sehen, sind unsere Wettkämpfer heute gute Dinge. Ein paar letzte Dehnübungen, die Muskeln nochmal warm machen und man macht sich nochmal mit den Regeln vertraut, geht nochmal tief in sich und kontrolliert ein letztes Mal die Wassertemperatur. Und hier kommen sie auch schon, die Offiziere, heute in Begleitung mit den Scouts. Mal schauen, ob die vielen Schnorchelausfüge beim Strampeln helfen. Die vielen Seetage haben sie hoffentlich nicht so sehr einrosten lassen. Das werden wir hoffentlich gleich sehen. Es geht nämlich schon los. Und da landen die ersten Schwimmvögel schon im Wasser. Hier geht es um alles oder nichts und hier ist auch niemand, um sich Freunde zu machen. Das sind genau die Emotionen, für die man diesen Sport macht. Es geht in die erste Kurve und hier werden sich bereits die ersten Favoriten absetzen. Die Hälfte ist geschafft und es ist ein wahres Schnabel-an-Schnabel-Rennen. Die Offiziere sind noch guter Dinge, aber ob die Scouts diesen gewaltigen Druck standhalten? Wir kommen in die Nähe der Zielgeraden. Das Feld ist aber immer noch sehr dicht. Da werden noch die letzten Tipps zugerufen. Ob das noch hilft, schwer hier einen Favoriten auszumachen. Was ist das? Oh mein Gott, eine Ente hat sich abgesetzt und kämpft sich über die letzten Meter ins Ziel. Und wir haben einen Sieger. Die gelbe Playboy-Ente hat es als erstes ins Ziel geschafft. Und die Siegerin konnte gar nicht mehr an sich halten und rennt hinter ihrem gelben Goldbringer mit ins Ziel. Mei, was war das denn für ein mitreißendes Finale? Hast du sowas schon mal erlebt? Nein, Lisa. Das war wirklich das spannendste Duell der Entengeschichte, das ich je erlebt habe. Da wünscht man sich nie in den Ruhestand gegangen zu sein. Ich glaube, diese Bilder der Siegerehrung sprechen mehr als tausend Worte. Wie ich gerade höre, ist unsere Außenreporterin bereits mit der Gewinnerin für ein Interview bereit. Wir geben ab an Merle. Und bitte. Ich habe jetzt hier bei mir auch schon unser Siegerpärchen mit der Playboy-Ente. Ihr beiden, wie fühlt ihr euch, nachdem ihr jetzt unsere Tour de Dac 2018 gewonnen habt? Das war das Beste. Klatsch nass, aber unsere Ente hat gewonnen. Vielen Dank, Merle. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hast du noch ein paar letzte Worte, liebe Fabienne? Mir bleibt nur noch Danke zu sagen und allen einen schönen Seetag zu wünschen. Ich habe zu danken und wir verabschieden uns mit diesen Bildern der Afrashow-Party. Tschüßen. Tschüßen. Viele Gäste und auch Zuschauer fragen uns immer wieder, wie ist denn so das Alltagsleben der Crew an Bord? Und da habe ich für Sie eine ganz gute Nachricht. Es gibt jetzt die erste AIDAS Home. Und die erklärt Ihnen das. Bitteschön. Das erste große Schiff, die erste große Liebe, gekommen zum Teil. Das erste große Schiff, die erste große Schiff. Ich verabschiede mich dann noch von meiner Familie und die Aufregung steigt langsam. Ich habe tierische Ängste, mich auf dem Schiff zu verlaufen oder den Weg nicht zur Arbeit zu finden. Nein, ich bin in die falsche Richtung laufen. Scheiße. Kudeln. Kudeln. Ja, Mann. Komm, Mann. Wird noch besser. Der erste Tag war wirklich für mich Horror. Ich bin aufs Zimmer gegangen, mir liefen die Tränen. Mein Buddy hat mich dann irgendwann abgeholt, ist mit mir noch über das Schiff gelaufen und hat gesagt, das geht uns eigentlich allen so. Hat gesagt, das wird von Tag zu Tag besser und sie hätte recht. Der fünfte Tag ist viel entspannter. Unsere Ida Bäller war in der Werft und hat sich so richtig rausgeputzt. Und was gibt es? Ein neues Restaurant, die Almhütte. Und Vox Club war da und wir haben es sich nicht nehmen lassen, sie selber zu eröffnen. Viel Spaß. Ja, ich freue mich total, denn vor zehn Tagen wurde unsere Almhütte hier fertig und was in der Zeit alles hier schon passiert ist, das sehen Sie jetzt. Ganz viel Spaß. Ja, ich freue mich total, dass wir uns in der Zeit alles hier schon passiert ist. So, guys, now we try to learn a little bit of Bavarian style. Hormos. 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 Servus. 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 Wir sehen uns noch mal ordentlich, wie es sich gehört, in unserer Almhütte und natürlich auch mit Ihnen, liebe Gäste. Servus miteinander, wir sind der Voxclo. Ja, wir kommen auf die AIDA Prima und wollen zusammen mit euch feiern. Also kommt alle vorbei, ihr seht, es ist eine Mord-Scoutie hier und wir wollen zusammen mit euch einen rocken. Also auf geht's, großen Oktoberfest. Servus, ciao. Zicke, 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 zicke. Und wenn auch Sie jetzt auf solche Abenteuer richtig Lust bekommen haben oder mehr über uns wissen wollen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wohlfühlen auf AIDA, das bedeutet unterwegs zu sein. Zunächst von Warnemünde nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht nach St. Petersburg und weiter nach Finnland. Helsinki wartet mit nordischer Geschichte und Moderne. Unser nächstes Ziel ist Stockholm in Schweden. Weiter geht es dann zur geschichtsträchtigen Hafenstadt Danzig. Noch ein Stopp in Kopenhagen, bevor es zurück nach Warnemünde geht. Und zum Schluss wie immer wunderbare Musik von Bord mit den schönsten Bildern der Woche. Schönen Sonntag noch. Liebe wehrt nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe fühlt sich an wie du bist. Liebe wehrt nicht, Liebe wehrt nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht. Liebe wehrt nicht, Liebe ist, Liebe ist, wie du bist. So wie du bist, Liebe ist, wie du bist. Liebe ist, wie du bist.